Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle und ja, ich wollte euch mal den Kran vorstellen. Der steht schon lange bei mir in der Werkstatt, tatsächlich schon sehr, sehr, sehr lange und ist an sich auch schon fertig. Ein paar Sachen waren jetzt noch zu machen und ich dachte mir, ich zeige ihn euch mal, solange er noch bei mir ist, denn er verlässt mich und meine Werkstatt. Und genau, ich warte aktuell noch auf die nächsten Druckteile für den Sattelschlepper, deswegen bauen wir das gerade mal hier wunderbar ein. Wie gesagt, weil er halt gerade noch da ist. Also angefangen habe ich vor etlichen Jahren und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen so die Details von diesem Kran. Und er hat jetzt an sich keinen Maßstab oder irgendein Vorbild, irgendeine Vorlage, weil in 1 zu 16 oder 1 zu 14 ein Kran wäre dubios. Also die Dinger sind natürlich riesengroß. Hier war im Endeffekt der, ja, das was ich machen wollte, von der Höhe her, dass ich sage, okay, er ist jetzt auf Augenhöhe, ich kann gut dran arbeiten. Aber, wenn ich jetzt sitze auf dem Parcours, dann geht er mir nicht im Weg um, das heißt, ich kann immer noch unten durchgucken. Ja, das war mal so der erste Gedanke. Und dann hat er ja hier jetzt keinen Haken oder irgendwas, sondern er hat hier einen Greifer, denn den habe ich angefangen, da hatte ich noch keinen Radlader und keinen Bagger. Und er war im Endeffekt dafür gedacht, die Siebanlage zu bestücken und die LKWs wieder aus den Bunkern zu befüllen und so weiter. Dafür war er ursprünglich mal gedacht. Mittlerweile habe ich keinen eigenen Parcours mehr und dementsprechend stand er jetzt auch bloß noch rum. So, schauen wir uns mal an. Ich lege mal den Akku ein, wenn ich ihn finde. So, der kommt jetzt drüben rein in die Kabine. Ich zeige euch nachher natürlich noch genau wo, was alles ist. So, Akku rein, Klappe zu. Und hier drüben ist der ein Ausschalter. Ja, so, machen wir mal an. Wir haben die Fernbedienung vergessen. Zum Glück macht das nichts. Fernbedienung. Schaut so aus. Ist im Endeffekt Kunststoffgehäuse. Da habe ich die Fernbedienung innen reingebaut. Ist ein Joysticks verbaut. Ist ein Lichtschalter verbaut. Hier oben ist Anschluss für den PC zum im Endeffekt einstellen, wobei das ja alles schon erledigt ist. Hier könnt ihr mal die Batterie laden. Habe ich noch nie gemacht. Es sind normale Batterien drin. Hier kann man umschalten zwischen Laden und Kran. Damit das nicht sich im Endeffekt überschneidet. Das heißt, wenn ich hier drüben bin, habe ich das Laden ein und auf der anderen Seite eben dann die Bedienung. Hier haben wir noch einen Lichtschalter. Das ist der Ein-Ausschalter. Und hier unten ist noch der Knopf zum Binden. Und die Antenne natürlich. So sieht die Fernbedienung aus. Hat hier vorne zwei Haken, dass ich mir das ganze Ding schön umhängen kann. Genau. So, dann schalten wir das ganze Ding mal ein. An ist er. Der Kran auch. Ich warte wieder auf das Piepsen. Er hat auch die Regler mit drin. Insgesamt vier Stück. Vier Stück. Ja. Vier Stück. Und, ähm, genau. So. Schauen wir uns mal einmal an. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Von den Funktionen her haben wir ganz klassisch das Drehen. So. Ich laufe gerade mal mit, damit er mir nicht den Kopf schöpert. So. Dann haben wir hier einmal die schöne Rundumsicht. Dann haben wir hier vorwärts und rückwärts. Also den Ausleger verstellen. Ich hoffe, ihr seht es auf der Kamera bis unten hin. So. Hier wackelt das ganze Ding nach vorne und nach hinten. Dann haben wir hier... Das ganze nach oben und nach unten. Ich zeige euch gleich, warum der so schreit. So. Und dann haben wir Schaufel auf und zu. So. Und dann haben wir hier vorne noch einmal... Ich drehe ihn gerade noch mal rum. Ich hoffe, man sieht es überhaupt. Hier haben wir noch Licht. Das ich hier zuschalten kann. Ist nicht allzu hell. Ich hatte tatsächlich vorher relativ helle LEDs hier verbaut. Die auf 12 Volt ausgelegt waren. Aber ich habe jetzt kein Modul, das 12 Volt liefert. Sondern eine andere Alternative hier mal ausprobieren wollen. Die eben gut funktioniert. Das ist mal das eine. Und zum Zweiten, wenn das arg grell ist. Und der gegen mich... Also ich sitze ihm gegenüber. Dann ist es halt auch hell. Das blendet dann. Es ist jetzt auch nicht unbedingt super angenehm. Ich wollte einfach nur, dass Licht drin ist. Ja. So. Dann haben wir jetzt hier die Positionslichter. Nenne ich es jetzt einfach mal rundherum. Die blinkenden. Genau. So. Dann müssen wir jetzt gleich noch eine Sache ändern. Denn hier hinten... Ursprünglich war hier der Akku geplant. So. Ich nehme ihn gerade mal raus. Wenn er raus will. Das heißt, hier ist ein 12 Volt Akkuklotz verbaut. So einer. Und der war hier im Endeffekt getarnt. So war die ursprüngliche Planung, was den Stromversorgung angeht. Stimmt nicht ganz. Die ursprüngliche Planung war, unten mit einer 12 Volt Motorrad Batterie zu versorgen. Ähm. Hier seht ihr auch noch das Kabel, das hier noch drin hängt. Das Problem ist, dass wenn ich alle Funktionen gleichzeitig fahre, die Drehdurchführung, die hier verbaut ist, diesen Ampere nicht mehr abnimmt. Das heißt, hier hatte ich einfach einen Flaschenhals gehabt. Es kam nicht genug Strom an und er hat das Spinnen angefangen. So. Das heißt, ich musste den von oben versorgen mit Strom und habe nur den Drehantrieb durch die Drehdurchführung gelegt. Geht wunderbar. Aber wie gesagt, der Akku musste hier oben rein. Das andere, die anderen zwei, sind im Übrigen gegossenes Blei, das ich angemalt habe. Zeige euch mal eins. Das heißt, ich habe eine Gipsform gemacht und habe mit dem Sigi zusammen hier Blei gegossen. Hanebüchen, sage ich euch, mache ich nie in meinem Leben wieder. Und jeder von diesen Kameraden hier wiegt übrigens ein Kilo. Dementsprechend kann man das hier wunderbar beschweren. Zwei sind fest und die anderen zwei können wir hier schön mit einsetzen. So. Das heißt, wir haben hier geschmeidige vier Kilo hinten drauf. Und dann haben wir hier ein schönes Gegengewicht für das Ganze. So. Das wäre mal erledigt. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen so die Details. Von dem Ganzen. Und nehme euch hier für einmal mit. So. Fangen wir auf der Seite hier vielleicht an. Ich zeige euch jetzt nochmal hier einmal die Beleuchtung. Diese schönen Scheinwerfer, die wir hier haben. Dann ist hier drüben der Sicherungskast mit einem Ausschalter. Wir haben für die Hauptfunktionen drehen, vor, zurück, hoch, runter und die Schaufel auf und zu machen jeweils eine passende Sicherung hier verbaut, damit hier nichts durchbrennt. Ich habe es noch nicht geschafft, dass was durchbrennt. Sollte auch nicht wirklich sein bei der Amperezahl, die hier verarbeitet werden kann. Und hier oben ist der ein Ausschalter. So. Ihr seht schon, das Ding ist tatsächlich aus Pappe und angemalt. Weil das waren noch Zeiten, bevor ich überhaupt einen 3D-Drucker hatte. So. Hier hinten haben wir zwei Kästen. Die sind mit dem 3D-Drucker entstanden. Teilweise meine ersten Sachen, die ich gemacht habe. So eine indirekte Beleuchtung, wo eine Beschriftung drauf kommen kann. Dann haben wir jetzt hier die Kiste, wo im Endeffekt der Antrieb verbaut ist für den Kameraden hier oben. Jetzt drehen wir gerade die Schraube einmal auf. Dann zeige ich euch, wie es da drinnen aussieht und warum der so einen Krawall macht. Also. Diesen Motor anzuhalten, da muss der echt viel beladen. So. Wenn ich hier aufgeschraubt habe, kann ich den hier ein Stück zur Seite drücken. So. Und kann das hier nach unten abnehmen. So. Das ist die Box. Da habe ich ein bisschen ausgekleidet mit Schaumstoff. Und wir haben hier im Endeffekt eine Umlenkung von dem Motor. Das hier ist er. Klopper Motor. Ein Servonaut TM120. Und der macht eben richtig viel Radau mit diesen Rädern zusammen. Kugel gelagert. Oben auch Kugel gelagert. Und hier haben wir jetzt die selbstsperrende Welle. Warnert ist natürlich ganz wichtig. Selbstsperrend. Deshalb, dass wenn Gewicht drauf ist und kein Strom drauf ist, dass die Schaufel nicht nach unten rasselt. Ja, ganz klare Sache. Wenn wir schon hier bei dem Hub sind, hier haben wir die Seilrolle, geht hier vorne rüber, Kugel gelagert, geht einmal hier hoch, auch Kugel gelagert. Geht einmal hier nach unten durch, auch Kugel gelagert. Dann wird hier einmal umgelenkt, einmal nach unten. Geht hier runter. Kugel gelagert. Einmal hier hoch. Wieder über das Kugellager. Einmal hier nach vorne. So, dadurch, dass wir jetzt dieses U haben, so wie es halt im Echten auch ist, können wir die Laufkatze hier nach vorne und nach hinten fahren, ohne dass sich die Höhe verändert. Denn sonst wäre es ja so, wenn ich das jetzt einfach geradeaus hier runterführe, dann, wenn ich hier reinfahre, wird das Seil natürlich länger, würde es nach unten gehen. So passiert das nicht. Das heißt, wir laufen hier schön wunderbar mit durch. So, wir sind schon hier vorne. Ich zeige euch einmal die Laufkatze. Die ist komplett Kugel gelagert. Einmal von oben nach unten. Mit je Seite vier Stück. Und einmal nochmal jeweils zwei an der Seite. Für links und rechts. Ja, das ist also auf beiden Seiten so. So. Sieht also auf der anderen Seite genauso aus. Oben die vier, auf der alles heckt. Ja, das Ganze ist aus Aluklötzen. Ähm, im Endeffekt wirklich mit der Feile selber rausgefeilt. So. Die Laufkatze wird bewegt durch diese Welle. Das ist ein Trapezspindel inzwischen. Ähm, ursprünglich war hier eine Gewindestange drin. Die, ähm, erst mal sehr langsam waren. Dann habe ich einen sehr, sehr schnellen Motor eingebaut. Und dann hat das Ding gescheppert ohne Ende. Es scheppert auch jetzt noch, aber viel angenehmer. Und die Trapezspindel läuft einfach viel sauberer. Ja, so. Hier vorne ist so ein Ausgleichsgelenk drin, ähm, wo wir die Verbindung zum Motor haben. Und hier drin läuft im Endeffekt die Messinghülse, die das Ganze hin und her führt. Die ist auch nicht komplett fest, äh, an der Laufkatze, sondern nur, ähm, gehalten, ähm, dass diese Schwingungen, die sich hier aufbauen, nicht auf die Laufkatze komplett übertragen werden. Ja, so. Dann haben wir hier die Schleppkette, die das Kabel mitnimmt für die Stromversorgung für unsere Schaufel. Und das Ganze ist so aufgebaut. Ich habe hier oben einmal einen Stecker. Ich könnte das also hier einfach aushängen, abstecken und dann wäre die Schaufel hier frei. Das hier ist, äh, ja, so ein Auszug, damit einfach das nicht durchhängt. Das zieht sich immer wieder zusammen. Hier unten ist auch nochmal steckbar und ihr seht schon, das Ganze habe ich im Endeffekt auch so angedacht, dass ich natürlich jederzeit die Schaufel hier abhängen könnte. Und gegen, ähm, einen Palettengreifer austauschen oder gegen, ähm, einfach einen Haken austauschen, etc., etc. Das wäre jetzt hier natürlich auch alles möglich. Ähm, deswegen ist das einfach aussteckbar und abhängbar und dann ist das eigentlich auch schon wieder weggebaut. Ja, wenn man das mal schnell möchte. So, dann kommen wir zur Schaufel. Da kommen immer wieder die Fragen, ähm, hierzu. Also hier einmal die Umlenkung gelagert. Und wir haben hier, das hier ist kein Zylinder. Und das hier ist auch kein Zylinder. Die halten nämlich nur die Schaufel fest. Hier drin sitzt ein Motor, der einen Zylinder nach unten drückt und der macht das ganze Ding hier auf. So, ich hole mal die Fernbedienung und dann zeige ich euch das. So, Fernbedienung ist da. Und dann gucken wir uns das Ganze in der Nahaufnahme mal an. Hier sind übrigens die Endabschalter. Einmal für oben, also offen und einmal für geschlossen. Ja, das sind noch wirklich die Ursprünge des Modellbaus bei mir. Ähm, und auf die Fahnen muss man halt wirklich aufpassen, damit da nichts passiert war. Wenn die abbrechen, dann stoppt der Motor nicht und dann geht natürlich irgendwas kaputt. So, also, ihr seht, jetzt fährt das nach unten raus und schlägt oben an. Und dann ist die Schaufel ganz offen. Und zurück natürlich auch. So, er geht eigentlich ganz so. Schau mal. Jo, so ziemlich. Je nachdem, wie der Ding halt auch anschlägt und wie schnell man ist. So, das wäre die Schaufel, haben wir uns angeschaut. Die Laufkatze haben wir uns angeschaut. Und die Führung haben wir uns auch angeschaut. Hier ist übrigens der Endschalter für die Laufkatze. So, hier waren wir ja schon. Wie gesagt, hier rundherum die blinkenden roten Positionslichter. Haben wir da vorne auch nochmal. So, kommen wir zur Kabine. Die habe ich ausgetauscht. Die war ursprünglich auch aus Pappe gebaut. Mittlerweile ist es aus dem Drucker. Und dementsprechend hier ist einfach Folie eingebaut. Das war so eine Laminierfolie, die ich hier mit dem Föhn zurecht gebogen habe. So sieht das Ganze aus. Und hier drin versteckt sich im Endeffekt jetzt ein Haufen Elektronik. Und darunter eben auch einfach der Akku. Hier nehme ich auch 3S, 12, also 11,1 Volt, 1000 Milliampere. Damit fahre ich gut eine Weile. Und wie ihr wisst, habe ich die in allen Fahrzeugen drin. Deswegen habe ich da halt auch einen ganzen Koffer voll. Immer von den gleichen Akkus mit dem gleichen Anschluss. Ist für mich das Unproblematischste. Und ich kann permanent wechseln und laden, wie ich das möchte. Denn die habe ich natürlich in einer knappen Stunde auch wieder voll geladen. Und nachdem ich da von einem Akkutyp im Endeffekt so viele habe, auch die gleiche Baugröße eben, kann ich halt mal schnell wechseln. Und auch wenn es jetzt in einem oder anderem Modell eben mal nur eine halbe oder dreiviertel Stunde halten sollte. Gut, dann haue ich halt den nächsten Akku da rein. Denn ich habe mehr als genug. So. Und die kosten relativ wenig. Also die sind ja für 10 bis 15 Euro leicht zu bekommen. Deswegen, da sind wir ganz glücklich mit. Das wäre jetzt mal der Überblick. Und ich zeige euch nochmal die Maße im Gesamten. So, wollen wir uns das Ganze noch einmal im Totalen anschauen und noch mal ein bisschen die Bemaßung besprechen, oder? Ich habe hier eine Gesamtlänge von dem oberen Ausleger von 1,44 Meter. Also 1,44 Meter. Der Ausleger vorne selber, oder beziehungsweise das, was sich hier bewegen lässt, die Welle, die Trapezwelle, hat 75 Zentimeter. Also das ist schon ein relativ großer Weg, den ich hier auch fahren kann. Und wir haben eine Gesamthöhe. Unten ist so ein Betonsockel. Den messe ich nicht mit. Also die reine Kranhöhe mit allem Drum und Dran. Die Lichter bescheiden wir mal mit dazu. Sind wir bei 1,80 Meter. Also mit Sockel. 1,85 Meter ist also auch auf jeden Fall eine ansehnliche Höhe. Und die Kanzel haben wir auf einer Höhe von, wo fängt der Turm an? Hier sind wir bei 1,44 Meter. Also bei 1,44 Meter sind wir hier oben. Und das ist für mich eigentlich genau das Maß, das ich halt so haben wollte. Breite, dann haben wir alle Maße beieinander. Da sind wir breitest 23 Zentimeter, so was, roundabout. Das wäre mal das eine. Auf dieser Seite ist noch eine Schraube drin, die die Kabine festhält. Die mache ich jetzt noch weg. Und dann gucken wir auch einmal kurz ins Innere des Ganzen. So, dann gucken wir mal hier. Die Schraube ist locker. Das ist jetzt hier hinten drin. Und dann können wir hier die Kabine einfach runterheben. Und dann sehen wir jetzt hier den ganzen Kabel-Salat. Was haben wir denn hier alles jetzt versteckt? Wir haben jetzt hier einmal den Empfänger, der komplett bestückt ist. Hier haben wir das, in Anführungszeichen, Lichtmodul hier. Das ist der Test, den ich hatte. Das ist die Servoelektronik von einem defekten Servo. Also da war das Getriebe kaputt und nicht die Elektrik. Das heißt, den habe ich ausgebaut. Und was passiert? Der ist natürlich jetzt hier schaltbar dran. Denn wenn ich jetzt hier sage, dem Servo, er soll lenken, steuert er stattdessen hier meine Lampen. Das Ganze macht er allerdings halt nur mit 6 Volt. Das heißt, wenn ich die Lampen heller haben möchte, müsste ich dieses hier gegen ein Leuchtmodul oder ein Schaltmodul einfach austauschen. Dann haben wir hier jetzt sozusagen unseren Schaltkasten mit den ganzen Kanälen. 1, 2, 3, 4, 5. Dauerstrom und die LED ist nicht billig. Die habe ich direkt angeschlossen. Und dann haben wir hier drinnen auf dieser Seite noch, das sehen wir hier, ein WC-Modul. Und da hinten ist ein Modul, das die roten Lichter blinken lässt. Hier könnte ich jetzt noch die Geschwindigkeit umstellen und die Intensität oder die Modi, wie das ganze Ding blinken soll. Beginnen wir mal auf die andere Seite, wie es hier ausschaut. Also hier haben wir die ganzen Sicherungen und den einen Ausschalter. Und dieses Kästchen wird einfach nur ein bisschen nach vorne gezogen und abgenommen. So. Gucken wir auch hier mal rein. Hier ist jetzt alles sehr geballt. Hier sitzen viermal Fahrregler drin. Da habe ich noch sehr ordentlich versucht zu arbeiten. Das heißt, ich habe hier so ein Ding gefräst, wo im Endeffekt jeder Regler seinen Platz findet. Und das war es im Endeffekt auch auf dieser Seite schon. Mehr ist hier gar nicht zu sehen. Genau. So. Ansonsten läuft die Verkabelung eben alles hier in diesen kleinen Kasten rein. Mehr Platz ist auch nicht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das sehen. Ich versuche es mal ein bisschen zur Seite. Hier zu rutschen. Hier drinnen ist eine Schraube. Mit einem Kugellager drunter. Und das hier. Und da oben geht ein Kabel rein. Und das ist im Endeffekt das schwierigste und kompliziertes, der an dem ganzen Kran gewesen. Das ist die Drehdurchführung, die gelagert ist in alle Richtungen. Und hier den Kran drauf fest verspannen kann, sodass hier nichts wackelt großartig. Also, ich wackele hier mal. Es wackelt der Ausleger selber so gut wie gar nicht, sondern wenn dann wackelt alles. Und ich kann es also festziehen, aber es geht trotzdem butterweich. Schaut mal bei den anderen Videos vorbei. Ich habe damals beim Bauen schon ein paar Videos gemacht. Und auch die Baubeschreibung auf meiner Seite ist natürlich online. Da habe ich ein paar Fotos gemacht. Noch nicht so viel wie heute. Aber da findet ihr auf jeden Fall das ein oder andere nochmal an Informationen hierzu. So, dann hoffe ich, mein kurzer Rundumblick über den Kran hat euch auch gefallen. Und vor allem der Kran gefällt euch genauso gut wie mir. Und lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben. Und wenn ihr die Glocke abonniert, dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn das nächste Video online geht. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, bis bald. Ciao.